Erster Wettkampf und erster Pokal soll das Ziel sein. Classic Bodybuilding ist quasi eine Klasse mit Körpergröße im Vergleich zum Gewicht. Je größer man ist, desto mehr Kilos darf man haben. Generell aber etwas weniger als eine Klasse-Physik, die wir danach gleich sehen haben. Ist auch ganz interessant. Wir haben einen Fassort aus mit den Stärkungen 75, 80, 81, 84, 85 und 257. Aber über vier 대통령en! Welche Drehung nach rechts. Viertel und Drehung! Feier! Eine vierte Drehung zur Rückenansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Vierteldrehung nach rechts und eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Die Viertelhung nach rechts und eine Viertelhung zur Frontansicht. Die Viertelhung nach rechts und eine Viertelhung zur Frontansicht. Hallo! Jawoll! So hallo! 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 Klappen von der Kanz! Klappen von der Kanz! Hier hat sich Lukas Neinkauer von Positiv in Deutschland. Sieg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.